Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Brechtuchfall von The Evil Within. Ja, ich bin sichtlich genervt von diesem Scheiß hier. Und ja, ich weiß da nichts mehr drauf zu sagen, ehrlich. Ich bin frustriert, das kann ich nicht anders. Also, pff. Ich bin wirklich frustriert. Ich bin richtig frustriert. Ich bin richtig sauer und das Spiel ist übel. Und ich mag nimmer, ehrlich. Ich mag nimmer. Er vertut sich die ganze Zeit, ich vertue mir die ganze Zeit. Ich habe da echt schon keinen, echt keinen Bock mehr. Ich habe echt, echt mehr. Also, so, puh. Was, das ist schon übertrieben. Das ist wirklich schon übertrieben. Muss ich echt sagen. Muss ich echt sagen. Also, boah. Vor allem, dass es zwischendurch kein Speicher-Dings gibt. Ich meine, ich finde das schon grob. Muss ich echt sagen. Boah. Das Übelste ist, dass ich das Viech selber töten kann. Verstehst? Alter, ich ziehe da gerade. Dass ich das Viech selber töten kann. Und, äh, ja. Ich bin so konzentriert. Ich kann gar nicht viel reden. Es tut mir so leid. Nein, er schleicht schon wieder. Dieser Grüppel. Alter, ich ziehe da voll. Ich habe gerade so Angst. Hör auf damit. So. Ich habe gerade so Angst. Echt. Boah. Ich bin voll fertig. Ich bin so fertig. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann das wirklich gerade gar nicht in Worte fassen. Was ist? Heb auf den Dreck. Alter. Ich ziehe da voll. Ich ziehe das so. So derbe. Wenn ich das da geschafft habe, ey. Ist Schluss für heute. Könnt es euch sicher sein. Dann ist Schluss für heute. Da mache ich nicht mehr mit. Dann brauche ich wieder ein, zwei Wochen Schonung. Kann ich euch schon versprechen. Das kann ich euch fix versprechen. So. Ist hier noch was? Zufällig. Nein. Okay. Ich bin zu viel. Warum bleibt dieses Ding nicht tot? Nein. Nein. Ich ziehe das so viel. Ich ziehe das so viel. Ich kann nicht reden. Es tut mir so leid. Wo ist es dieses? Wo ist es? Ich seh nichts mehr. Voll daneben! Alter. Fuck. Ich kann nichts mehr. Ventilgriff. Ein großes Ventilrad. Mit dem eine Flüssigkeits- oder Gasmenge reguliert werden kann. Nein. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hasse es. Ich renne falsch. Andere Waffe. Einmal. Ich hab keine andere Waffe. Aufhören! 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 Was? Nein! Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Oh Gott. Ich hasse dieses Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Wo muss ich hin? Was mach ich denn? Ich kenn mir das. Was? Bip, 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 bip. Da ist noch mehr Gift. Da ist noch mehr Gas. Da ist noch mehr Scheiße. Da ist alles scheiße. Alles aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und der läuft nicht. Und der läuft nicht. Was mach ich nur? Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ah, ist gut. tragisch. Oh Gott. Ich werde verrecken. Ich werde verrecken Alter. Oh Gott, oh Gott. Er ist wieder hinter mir. Oh Gott, der ist wieder hinter mir. Dieses Dreckige. Was war denn das? Die Maus macht auch nimmer mit. Wow, wieso schon wieder der Kopf? Der Typ kann gar nix. Bin ich falsch? Falsch. Der Typ kann nix. Nix kann er. Nix. Alter, ich stirb weg. Meine Nerven sind am Ende, alter. Weg und aus. Alter, dieser Trottel. Drei Harbunen verschossen für nix. Ich kenn mich grad nicht aus, wo ich bin. Ich weiß grad nicht mehr, wo ich bin. Und ich kenn mich nicht aus. Und ich weiß gar nichts mehr. Oh! Da, mit dem Deal. Das wollte ich. So, Arschloch. Nein! Boah, diese Falle. Diese gottverdammte Falle. Ich weiß nicht einmal, wo ich hin muss. Da runter, glaub ich, ne? Ja. Was ist das Ding? Kontrollpunkt, 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 Gott sei Dank. Du veratmen, du veratmen, du veratmen, Alter. Okay. Ähm, bauen. Passt. Wenigstens eine. Alter, was zum Heiligen. Würdest du bitte das Ding da nach unten... Ja, geht ja. Du bist jetzt endlich hin, du Saufich. Endlich. Was ist, was ist in dem Safe? Ja, aha. Oh, Gott. Alter. Wann ist dieses Spiel bloß vorbei, bitte? Wann ist dieses Spiel vorbei? Bitte, wann? Wann, bitte, wann? Ich will nicht mehr. Alter, ich bin fertig. Verstehst? Ich bin fertig. Ich bin so richtig fertig. Ich bin so richtig fertig. bulun. Ich bin so richtig fertig. Alter, ich zittere. Ich zittere, echt. Ich bin voll fertig gerade. Voll fertig. Alter Schwede. Na. Na, ich freue mich schon, wenn wir da fertig sind. Freue ich mich echt schon. Was tut denn? Kann man da runter? Na. Alter. Ich glaube, das hier ist dann, wie gesagt, wir haben das Viech besiegt. Den Part hier machen wir noch zu Ende. Und dann zwei, vier, sechs Parts habe ich. Das reicht mal für 14 Tage. Nicht ganz, ich weiß. Boah. Alter. Mal schauen, was mir jetzt, was uns jetzt hin verschlägt. Wenn jetzt noch ein Monster kommt, muss ich das auch noch besiegen. Boah. Kapitelende. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Speichern. Sofort speichern. Oh Gott sei Dank. Wir schauen uns jetzt noch das neunte Kapitel, glaube ich, sind wir, ne? Das schauen wir uns jetzt noch an. Und wurscht, ob es einen Kontrollpunkt gibt oder nicht. Na, neun ist zu viel. Acht. Das achte Kapitel. So was. Das Samenkorn. Ja. Danke. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt noch an. Und dann... Ich spitze. Machen wir heute Aufnahmestopp. Aus. Ich bin fertig. Kannst nicht schon langsam mal aufhören. Ich bin eh schon früh fertig. Ich bin schon so fertig mit den Nerven. Und es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf. Ich glaube, ich träume. Ich spinne, glaube ich. Ich weiß nicht. Ist ja wurscht. Ich probiere jetzt einfach Sachen und Dinge aus. Ich probiere einfach Sachen und Dinge aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch überhaupt nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so traurig. Ich bin so unglaublich traurig. Okay. Ich bin so unglaublich traurig. Es sind so viele Gegner und der gibt nur 100. Ich bin so unglaublich traurig. Ich bin so unglaublich traurig. Ich bin echt traurig. Muss ich echt sagen? Leere Kisten. Ah nein, Spritzen wenigstens etwas. Ich bin echt unglaublich traurig. Man hat immer das Gefühl, da gibt es nichts. Keine Munition. Kein Gornix. Verstehst du? Warum? Echt, warum? Ach, komm. Das wurde jetzt auch nicht. Ach, geh komm. Ich hab echt keine Lust mehr. Was, das ist echt scheiße. Muss man echt so. Ich hab auch kein Streichholz. Ich renne jetzt, glaube ich, einfach durch. Ohne zu wissen, wohin. Aha. Ja, das haut dir alles zusammen nicht hin. Ja, ja. Ist eh klar. Ach, bringt's mich um. Oder? Irgendeine Chance habe ich eh nicht mehr, oder? Was willst du mit zwei? Ich ziehe da so derbe. Die Überlänge habe ich auch schon, dass mir extra gar scharf ist. Ich bin nunmehr frustriert. Wow, wie lange geht das noch? Echt? Echt? Unglaubig. Echt unglaubig. Merde. Merde. Hä? Schießt da jemand? Ich meine, sieht uns da wer, oder? Okay. Nehmen wir mal eine Spritze, ne? Ich sollte ein paar drehen. Wir hatten jetzt eh einen Kontrollpunkt. Also streng gesehen... Boah, ich will noch nicht aufhören. Ich hätte gesagt, ich will dort weg. Ich will so schnell wie möglich durch bei dem Spiel. Weißt du was? Einen Part machen wir noch, okay? Einen mache ich noch. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwo gut aussteigen können. Boah, ey. Na gut, ihr Lieben. Wir lassen uns für heute. Sorry für die Überlänge, aber ich bin fertig mit den Nerven. Ihr Lieben, ich betanke mich wieder von ganzem Herzen. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.